So, hallo und herzlich willkommen zu Crysis. Jetzt wieder nach einer ganzen Woche Pause. Mittlerweile bin ich im Urlaub und das ist jetzt die Aufnahme für meinen Urlaub halt, ne? So. Los geht's. Oh, scheiße. Maximale Stärke. Hallo. Keine Sau da. Oh, Beben. Ach, geil. Also diese leuchtenden Felsen finde ich irgendwie doch ganz schön cool. Oder diese Organismus. Tja. Na, schau mal da. Du sollst den Shit nehmen. Okay. Immer in Bewegung sein, sonst friert das Visier zu. Und ich will nicht da hin. Oh, oh. Oh, oh. Give it. Oh. Oh. Geil, das Frisier ist sogar zugefroren. Aaaaaaahhh! Aaaaaaahhh! Hä! Geh weg! Haben die Angst vor uns? Die greifen uns irgendwie nicht so richtig an. An! Au! So, der ist weg. Hey! Nachladen! In your face! Das ist jetzt Zerstörung. Ich glaube, das waren noch lang nicht alle. Alter, woher weißt du das? Pfff! Ich weiß es einfach. Ich bin ein Prophet. Ich weiß nicht, was das steht. Tarnfeld aktiviert. Pfff! Toll. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Yeah, yeah. Hm. So kalt. Vier Schütze. Kann sein, dass die uns doch irgendwie sehen. Selbst wenn wir den Tarnschild haben? Ich weiß nicht, kommt mir irgendwie so... Hm. Ah, mit der Pistole mache ich sie fertig. Kein Erdwunsch jetzt. Ah! Näh. Munition? Ah, Munition. Noch irgendwo Munition? Da lag doch was. Nimm! So. Ein Full. Alter, die ganze Insel lebt. Ich geh mal da vorne lang. Ich geh mal wissen, wie kalt es hier ist, ey. Der ganze Anzug ist eingefroren, die ganzen Waffen. Maximale Panzerung. Ich werd jetzt echt gern wissen, wie kalt es ist. Geht das Mikro? Ja, geht. Ich hab da immer Angst, dass der das Mikro nicht aufnimmt. Ich kenn's ja. Maximale Stärke. Maximale Stärke. Au! Na, kampffähig sind sie also auch. Alter! Was ein Bitch-Slam. Hallo! Au! Wir können das doch... ... ... Hallo! ... ... ... ... ... ... ... ... ... So. So, jetzt auch da drüben schnell Muni holen. Ach, schau mal. Hier ist ja auch noch. Habe ich übersehen. Na, dann hat das Sterben doch was Gutes gehabt. Moment. Nachladen. So, jetzt können wir auch noch mal was mitnehmen. Die ist full. Maximale Panzerung. Gut. ... ... ... ... ... ... ... Jetzt ganzen Shit nochmal. Und wo kommt er denn hergesegelt? Da ist er. Ausgeschaltet. Iieiei. Moin. Biatch. Komm, geh in die Luft. Kaboom. Nächster. Bitte. Schöne Wind. Ah, gespeichert. Gutes Zeichen. Ne, schlechtes Zeichen. Hier sind bestimmt auch irgendwo welche. Sag ich doch. Wenn ich jetzt irgendwie Granaten hätte, haben wir nicht noch Brandgeschosse. Das Visier friert komplett zu, oder? Deine Mutter. Deine Mutter. Geh weg. So. Kurz Tuning. So. Ja, der muss ja noch in die Luft gehen, Frau Freude. Nächster. In die Luft. Danke. Ha! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Noch einer. Maximale Stärke. Oh, oh. Ah, Fallschaden. Maximale Panzerung. Wie jetzt? Oh, oh. Da ist noch einer. Na? 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 Der war irgendwie so... Ich will nicht. Maximale Stärke. Maximale Panzerraum. Ich hab noch einen gehört, irgendwo. Aber ist mir jetzt egal. Oh! Maximale Stärke. Maximale Stärke. Au! Oh! Huh! Huh! Woh! Wo lang? Wenn ich jetzt wüsste, wo lang? Und ich muss mich leider wegen Urlaub um so auf 15 Minuten beschränken. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Cut und wir sehen uns dann... Ja, da vorne ist unser Ziel in der nächsten Folge. Oh! Oh, warm! Oh! Oh, zu warm! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und gucken dann mal, wo wir noch hinkommen. Oh! Oh! Okay! Vielen Dank.